Wird die Turbine in die Brennkammer kommt, desto schneller dreht die Turbine. Deswegen muss das ja geregelt sein, weil irgendwann hätten wir eine Überdrehzahl und die Brennkammer würde verbrennen. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit dem jungen Mann aus Russland. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.